Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Nach der letzten einstündigen Spezialfolge des Lagereinräumens sind wir jetzt wieder hier angekommen. Und wir hatten uns ja gesagt, ich mach mir einen Plan und ich hab mir aufgeschrieben. Wir wollten zuerst anfangen Tränke zu brauen. Dazu müssten wir uns mal kurz... Hab ich denn hier schon eine Never-Truhe hingebaut? Das würde mich so interessieren. Hm. Ne, anscheinend nicht. Dann bauen wir mal hier eine Never-Truhe hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Acht. So. Und bauen einen Never-Truhe hin, ach ne, ein Ender-Truhe. Ach so. Das ändert natürlich alles. So, und da können wir das nämlich zum Beispiel Dinge reinpacken wie, äh, nichts und extra nichts. Ne, da können wir das Ding reinpacken wie, im Moment, wo habe ich's. Äh, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch. Alles nicht. Wurftränke will ich nicht machen, die finde ich nicht cool. Den Lohnstaub brauche ich erst mal noch. Zuckertraumer, 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 Zuckertraumer. Zuckertraumer, Zuckertraumer. Der erntet sich mal Zuckertraumer ab, dann. Dann machen wir erst mal Zuckertränke. Ganz einfache Zuckertränke. Und nehmen wir uns ein bisschen Redstone mit, dann haben wir ja auch genug. Nehmen wir uns ein bisschen Redstone mit. Wie ging Trank der Stärke? Was waren Stärke? Stärke, 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 Stärke. Mist. Zuckertraumer Geschwindigkeit, das weiß ich. Was waren Stärke? Ich weiß es gar nicht. Na, okay, egal. Auf jeden Fall. Also, wir haben ja Folge 500 auch bald im Anschlager. Ist mir vorhin so aufgefallen, also mir ist mir nicht einfach so aufgefallen, aber es ist mir jetzt so bewusst geworden, das wäre gar nicht alles, was ich habe. Ich habe mir eine Liste aufgebaut, aufgestellt. Ich hatte es einfach. Also ich kann mal vorlesen. Wir wollen die Tierform bearbeiten. Wir wollen Tränke brauen. Wir wollen in den Never gehen. Wir wollen ein Blumenhaus bauen. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt, glaube ich. Weil, es wird ja so sein, dass er so einst und sieben mannigfaltige Blumen zu finden sind. Da dachte ich, wäre es doch schön, wenn wir unsere eigene kleine Blumengärtnerei, unsere eigene Gärtnerei einfach bauen. Und da die Blumen anpflanzen. Das fände ich doch ziemlich nice. Was ist das, was ich nehme? Einfach mal hier mit. Wir nirren alle mit. Weil wir brauchen wir ja auch. Und Gold brauchen wir auf jeden Fall noch. Und dann nehme ich einfach mal Melonen noch mit. Weil wir nur noch mal auch noch und zu irgendwas wird es gut sein. Zu irgendwas wird es gut sein. So. Ich habe leider gerade kein Eisen hier, um das hier zu reparieren zu entscheiden. Oder irgendwelche anderen jeglichen Mittel, die dazu sorgen könnten, eine Hacke zu craften. Die sind mir leider ausgegangen. Ja, und ich hatte ja... Ach, das ist schon Ewigkeiten her. Ich hatte mal in Folge... Was war... Hä? Was ist das? Das ist aber falsch, ja. Ich hatte mal in Folge 5... Da geht allerdings um so alles kaputt. Du hast auch was kaputt. Ich glaube, wir müssen jetzt dringend mal versuchen, dass das alles wieder ganz geht. Ich hatte mal in Folge... 11. Ich glaube, das war Folge 11. Ist auf jeden Fall eine richtig alte Folge noch gewesen. Zum Mundhuhn oder sowas. Ist ja alles kaputt dran. Keine Ahnung. Oh, habe ich die Monster überhaupt an? Ne. Da hatte ich angekündigt, was wir in Folge 500 machen. Das war Folge 500, die ich damals natürlich gedacht habe. Ey, das schaffen wir nie. Alter, Schwede, krass. Weiß Bescheid. Voll crazy, aber so. Und so. Gehen wir in die Never. Und besiegen Leander Dragon. Dazu müssen wir natürlich... Diesen Stärkebogen hier stärken. Also, wieder ganz machen. Wir müssen einen schärfen Vierschwert hervorrufen. Vielleicht sogar einen schärfen Vierschwert. So, Lut von dir und Lipo-Monster. Nehmen wir noch ein bisschen Möhre. Das kann hier rein. Könnt das hier noch rein? Äh, dann nehme ich mit. Neverwurzen habe ich ja noch. Ach komm, ich nehme mal mit Neverwurzen mit. Und was wollte ich mitnehmen? Ich wollte auch was mitnehmen. Melone und Möhre. Ach, so habe ich ja weiß. Ja, klar. Und was haben wir hier noch? So, hier haben wir noch... Glowstone-Staub brauche ich noch. Aber den habe ich gar nicht hier. Habe ich überhaupt Glowstone? So, haben wir für Glowstone? Haben wir dann irgendwo Glück dabei? Sollte eigentlich funktionieren. Genau, 16 Stück. Ja, und deswegen werden wir uns in nächster Teil einfach darum kümmern, fürs Ende alles vorzubereiten. Ich meine, das wird ewig dauern. Wir brauchen Enderperle. Gut, Enderperle haben wir eigentlich genug, glaube ich. Aber wir brauchen noch Lohnstaub. Das heißt, wir müssen noch mal in die Festgruppe zurück. Das heißt, wir müssen in Neverwurz die Steinbrücke bauen. Wir müssen noch Tränke brauen. Das heißt, es kombiniert immer mit dem da oben. Äh... Was haben wir noch so? Wir müssen noch die Tierform... Also, die Tierform müssen warten müssen. Das Bühne war doch sowieso noch. Ja, dann habe ich noch die Kirsche aufgeschrieben. Den Bäcker wollte ich noch bauen. Dann wollte ich das Dorf dahinten, was dahinten ist, noch anschließen. Und das Wolkenschloss wollen wir auch noch weiterbauen. Das schaffen wir bis Folge 500 war nicht alles mehr, glaube ich. Okay. Moment. Hier ist nichts. So, dann packe ich hier die Giste jetzt. Ah, hier ist das Wasserflaschen, okay. Dann packe ich hier in die Giste einfach mal alles, was wir hier brauchen. Ne, das ist meine Nahrung, das kommt hier nicht rein. Und wir machen uns erst mal Zucker. Dann nehmen wir das hier mit. Gold habe ich natürlich, ich vergesse nicht, Trotto. So. Hier haben wir jetzt den wirkungslosen Drang. Der fliegt ja natürlich hier rein. Wirkungslos. Und wird es mit Zucker kombiniert. Und hier fliegen natürlich wieder Wasserflaschen rein. So, dann esse ich ja auch was. Ja. Da machen wir uns ein paar Tränke. Und... Die werden wir dann noch brauchen. Und mal gucken, was wir dafür Tränke machen. So, ich mache jetzt erst mal zwölf Stück. Sollte ja gleich fertig sein hier. So, dann haben wir wieder wirkungslosen Drang. Brauchen wir das Wasserflaschen rein. Dann haben wir jetzt hier Drang der Geschwindigkeit. Wenn angewandt, 20% Geschwindigkeit. Drei Minuten lang. Und hier sind die Wasserflaschen auch gleich wieder fertig. Und dann können wir die letzten Wasserflaschen rein. Klub, 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 klub. Wirkungsloser Trank. Obwohl, das kann eigentlich alles drinnen bleiben. Kriegt nämlich jetzt das raus. Und dann fliegt jetzt... Achso. Ja. Ich bin ein Schlaubi. So, natürlich so. Und jetzt fliegt da Redstone rein. Das heißt, die sind plus 20. Die beiden Reihen hier sind plus 20. So. Das hier wird gleich zu einem... Genau. Zu so einem. Und dann machen wir das hier hier mit Dings. Und das hier... Na nu. Das hat ja gar keinen Unterschied. Das bleibt bei 20%. Das bleibt bei 20%. Und hier ist der einzigste Unterschied. Dann mache ich nochmal drei so. Denn wenn das eh bei 20% bleibt, kann ich das ja auch so machen. Und dann machen wir lieber die 8 Minuten Tränke. Wenn wir dann wirklich mal rasen müssen, nehmen wir halt die Tränke hier. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Okay. Okay. So gefällt mir das. So gefällt mir das. So. 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 Sonst würde ich sagen, wir nehmen Magma-Creme mit und machen daraus einen Drang, damit wir Feuerresistenz sind, aber den kann man ja im Moment noch nicht. Aber den kann man ja finden, denn wir, so, ich werde es jetzt einfach realos durchziehen, ich möchte diese Vorbereitung mit mir sitzen haben, weil ich Angst habe, dass ich dann das letzte Minute mache und dann, wir hauen im Moment alles durcheinander, ich weiß auch, also, bei uns ist im Moment alles irgendwie so, hä, ja, ich mach jetzt mal das. So, hier, komm. Wir nehmen jetzt den Stein hier mit. Hat perfekt reingepasst. Gut, dass wir den Speed noch haben. Das sind nämlich ungefähr so schnell wieder, wie das Minecraft. Und das sogar acht Minuten lang. Hätte ich nicht gedacht, dass das gleiche, ich hätte gedacht, das Blank geht auf 10% runter. Aber wenn das gleich bleibt, dann ist man natürlich ziemlich cool. Wir haben Unsichtbarkeitstrang, wenn du den verlängernst, passiert, weil du kannst nicht halbunsichtbar sein, du bist ja mit unsichtbar oder nicht unsichtbar. So, aber es ist dort eine ganz lange Strecke. Für sowas, aber vielleicht in 40 Minuten dran nehmen. Egal. Schön, hier unten ist ja, dass wir keine Berge bespringen müssen und so. Also, wir können wirklich schnussstrax durchran. Und da sind wir auch schon da. Das habe ich eine Winterspezeige, das ist die Haltbarkeit, die Spitzeige. Und hier habe ich Effizienz, Haltbarkeit, Begutsamkeit. Und hier habe ich Haltbarkeit und Effizienz. Schärfe und Rückstoß. Das hier werden wir wahrscheinlich brauchen für den Ender Drachen. Genauso wie den, deswegen darf ich den jetzt mal hier rein, den brauchen wir mal nicht mit. Ja, und dann, machen wir mal mal weiter. Den Trank, die Flasche nehme ich einfach mit. Und wir gehen jetzt wirklich in den Lapper rein. Viel früher als geplant, aber auch nicht schlimm. Ich bin jetzt witzig. Ich da angekündigt habe, ich war wirklich lange nicht mehr, also wie ich schon gemerkt habe. Ich war wirklich lange nicht mehr dabei und freue mich drauf. So, dann packen wir mal die Glasflasche da rein. Und dann machen wir uns hier mal ein bisschen Treppen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles ging. Ach, meine Güte, das ist ja schon ewig her, dass wir hier gebaut haben. Ich weiß auch immer noch, dass wir Treppen brauchten. Stein haben wir gebraucht. Und...